Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Marktausblick. Mein Name ist Dennis Köttler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sind am Dienstag, den 7.01.2014, 10.07 Uhr, etwas später als üblich. Aber wir sind brandaktuell, denn wir haben die Arbeitsmarktzahlen aus Deutschland, die um 9.55 Uhr herausgekommen sind, abgewartet. Die sehen Sie hier nämlich im DAX, der konnte durch die positiven Zahlen deutlich ansteigen und hatte hier letztendlich einen Anstieg von 37 Punkten zu verzeichnen. Auch der Euro konnte positiv reagieren und stieg 20 bis 30 Pips an, gab leicht aber wieder nach. Dazu kommen wir gleich, beginnen wir erstmal wie üblich mit interessanten Trading Chancen für den heutigen Tag. Gold konnte, abgesehen vom gestrigen Crash, der ja hier deutlich nach unten ging, wir können uns das ja nochmal angucken, wenn wir hier ganz kurz hier diesen Chart aufrufen, da ist ja hier Gold fast 30 Dollar nach unten eingekracht, um letztendlich wieder zu steigen. Unverändert sind wir hier dann aus dem Markt gegangen. Alles in allem müssen wir sagen, wenn wir uns den Tagesschart betrachten oder hier schön auf dem H4, wobei das spielt ja auch kaum eine Rolle, müssen wir betrachten, dass sich an der Situation wenig verändert hat. Wir sind immer noch abwärts geneigt mit einem leicht bullischen Druck. An der Situation, wie wir sie gestern beschrieben haben, nämlich, dass wir kurz vor der Tages EMA 55 sind, kurzfristige abwärts verlaufende Trendlinie, eigentlich doppelt. Eigentlich ist es die hier und die hier, begrenzen ihn allerdings und erst über 1282 könnte es hier bullisch werden. WTI haben wir einige Fragen bekommen, war ja ein heftiger Sell-off, wenn wir uns den Chart mal angucken. Wir konnten uns im Bereich von 92 US-Dollar pro Barrel WTI stabilisieren, schossen dann hier über 800 Pips nach oben oder 8 Dollar. Über 8 Dollar ging es auf die Marke von 100.53 pro Barrel, schossen dann hier wieder nach unten, wurden abverkauft an dieser internen Trendlinie und sind jetzt wieder leicht unterstützt. Bärischer wird es eindeutig, wenn wir hier unter diese Marke von letztendlich 91.34 fallen, dann sollte hier der Sell-off einsetzen. Ansonsten sind wir für heute kurzfristig gut unterstützt. Im Euro-US-Dollar zeigt sich die Lage letztendlich zwiespältig. Ich sage es, wie es ist, wir halten uns hier schlichtweg raus. Warum? Nun, auf der einen Seite haben wir hier ein mögliches Double Top im Bereich von 136.52 beziehungsweise 136.30. Da liegt auch noch die Tages-EMA-55, hier dieser rote gleitende Durchschnitt und das begrenzt ihn aktuell. Darüber hinaus kommt kurz über dieser wichtigen Marke noch die Tages-EMA-20 ins Spiel. Das heißt, er ist letztendlich begrenzt bis 136.75 US-Dollar pro Euro. Shorten ist natürlich auch so eine Sache, weil wir hier noch eine starke aufsteigende Trendlinie haben, die ihn aktuell noch hält im Bereich von 135.71. Das heißt, wir können sagen, er ist momentan begrenzt, kurzfristig bei 136.50, 136.60 und unterstützt im Bereich von 135.70, sodass wir hier einfach eine abwartende Haltung einnehmen. Was ganz interessant sein könnte, wäre hier der British Fund US-Dollar. Auf dem Tages-Chart sahen wir die Range und wir warten eigentlich immer noch auf ein Pullback bis in den Bereich von 162.60. Der muss nicht kommen, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es mir zu gefährlich, ihn hier long zu nehmen. Das heißt, wir halten uns auch da zurück und warten. Wir haben auch kurzfristig hier einen Trendlinienbruch, im Übrigen mit einem schönen Pullback. Das heißt, wir sehen da jetzt nicht zwangsläufig eine Notwendigkeit, hier eine Longposition aufzubauen. Nach dem bullischen Ausbruch ist halt die Frage, ob man jetzt shortet. Wir bleiben da ein bisschen zurückhaltend und warten, ob wir hier eventuell Umkehrsignale in diesem Bereich sehen. Dann könnten diese interessant werden. Euro-Yen ist bei uns auch noch auf der Watchlist. Es gibt zwei Marken, die im Euro-Yen interessant sein könnten. Wir wollen aber noch, dass er ein bisschen... Das heißt, wir wollen... Es wäre interessant, wenn er noch ein bisschen fallen würde. So rumformuliert ist es besser. Im Bereich von 141 ist eine sehr, sehr starke Unterstützungszone. Die sehen Sie hier, lila markiert oder rosa oder was das auch ist an der Farbe. Sie wissen schon, was ich meine. 141 Yen pro Euro in dem Bereich sehr, sehr starke Unterstützung. Aber auch im Bereich des 38er-Retracements hier bei der 140er-Marke. Schönes Pullback-Niveau übrigens. Das gilt auch aus dem Monatschart heraus. Das heißt, wir haben hier nicht nur untergeordnet, sondern auch übergeordnet. Eine sehr, sehr starke Unterstützungszone. Das heißt, die 141 bzw. die 140 könnten hier interessant werden. Müsste allerdings noch ein bisschen korrigieren, damit wir da überhaupt hinkommen. Zum Euro-Australisch-Dollar. Da nähern wir uns möglicherweise einem Double-Top. Noch fehlen hier gänzlich die Umkehrsignale. Das sehen Sie hier auch. Der prescht momentan vor. Wir hatten hier eventuell dieses Double-Top getriggert im Bereich von 153,3 bzw. 152,87. Und jetzt könnte es interessant werden, wenn wir hier zumindest auf dem H4-Chart einen sehr, sehr schönen Umkehr, eine Umkehrkerze sehen könnten. Dann kann man davon ausgehen, dass dieses Double-Top respektiert wird. Alles in allem wird sich jetzt also zeigen, ob er jetzt hier durchbricht bzw. ob er hier starke Umkehrsignale ausbildet. Wir werden da noch uns zurückhaltend zeigen. Vor allem auch noch der Euro-Kanadest-Dollar ist weiterhin Long. Das heißt, Euro-Kanadest-Dollar hat noch auch keine nennenswerten Umkehrsignale, sodass wir einfach vorsichtig sind. Könnte sogar heute noch Long gehen, wenn wir hier das gestrige, kurzfristige Tageshoch überwinden können über 1,4562. Wir waren hier Long gestern positioniert, haben dann im Zuge dieser Umkehrsignale hier die Position zugemacht. Aber alles in allem müssen wir sagen, bevor man hier das Double-Top wirklich tradet, sollte man da warten, bis tatsächlich auch Umkehrsignale da sind. Der DAX, auf den sind wir ja zu Anfang zu sprechen gekommen und den wollen wir auch jetzt nochmal genauer beurteilen. Der konnte positiv auf die etwas besser als erwarteten Arbeitsmarktzahlen reagieren. Wir hatten die Arbeitslosenzahl im Dezember bei minus 15.000, erwartet wurden hier lediglich minus 1.000 und das ist durchaus positiv. Demnach schoss der DAX und das ist eigentlich auch nicht selbstverständlich. Also dieses demnach sollte man kritisch betrachten. Er reagierte einfach positiv, das muss man sagen, weil nur weil wir positive Zahlen haben, muss er ja nicht positiv reagieren. Es kann ja sein, dass die Marktteilnehmer viel deutlicher oder viel bessere Zahlen erwartet hatten. Kurzfristig sahen wir heute hier auf dem Minuten-Chart, und das geht jetzt schon fast in den Scalping-Bereich, hier eine inverse SKS-Formation, die dann im Zuge dieser Nachrichten voraussichtlich getriggert worden ist und jetzt korrigieren wir aktuell so ein bisschen. Die Situation im DAX zeigt sich etwas zwiespältig, leicht bullish, aber auch gleichzeitig angespannt. Was meine ich damit? Nun, wir gucken auf den H4-Chart. Wir hatten hier eine enorme Aufwärtsbewegung, ausgehend von fast 650 Pips, hier ausgehend von 8.890 Punkten und stabilisieren uns jetzt hier gerade an diesem letzten H4 hoch. Man kann es auch auf dem Tageschart betrachten. Und diesbezüglich muss man einfach sagen, der DAX ist, solange er diese Marke hält, gut unterstützt. Solange er, wie gesagt, hier nicht unter die Marke von 9.365 Punkten fällt. Alles in allem ist er weiterhin long. Wir sahen die Korrektur, er könnte also weiterhin ansteigen. Auf der anderen Seite fehlt mir so ein bisschen das Momentum, weil wir hier ganz klar sehen, dass wir hier im Bereich dieser Konsolidierungsphase schlichtweg einfach nicht vorankommen. Das heißt, der DAX konsolidiert aktuell immer noch in dieser möglichen neuen Abwärtsbewegung und bullischer wird es konkret erst, wenn wir über 9.476 Punkte ansteigen können, dann bis in den Bereich von 9.547 Punkten. Solche Phasen sind eigentlich zeit- und nervenraubend, weil hier einfach wenig passiert. Es ist eine Seitwärtsphase, kann man skalpen, ja. Aber alles in allem müssen wir sagen, der DAX hält sich hier in einer Range, in einer Seitwärtsphase von 60 Punkten auf. Das ist nicht wirklich interessant. Und ein Ausbruch sollte hier zumindest in irgendeine Richtung erfolgen, damit man mal zumindest hier einen nächsten Impuls, von einem nächsten Impuls profitieren kann. Selbst wenn wir diesen, ich sage jetzt mal, kleinen Konsolidierungskeil, den man auch anders interpretieren kann, nämlich in einer größeren Seitwärtsphase brechen, wäre ich vorsichtig, denn wir kriegen hier spätestens bei diesen Tiefs bei 9.370 Punkten noch eine stärkere Unterstützung. Sodass man vielleicht zusammenfassend sagen kann, über 9.474 Punkten hat er ein Kursziel bis in den Bereich von 9.550 oder sogar noch bis auf das Jahreshoch 2013, was hier bei 9.628 Punkten liegt, sollte er nochmal korrigieren, wären hier eventuell Scalping-Positionen möglich bei 9.371 Punkten und sollte er dieses Niveau shortbrechen, dann könnte die Korrektur sich weiter fortsetzen. Ich wünsche Ihnen heute viel Erfolg, das war es von meiner Stelle aus und ich sage wie immer Good Trades und wenn Sie mögen bis bald, auf Wiedersehen.